Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Rayman 3 für den Game Boy Advance. Wir stehen hier vor einem Problem, sag ich mal. Und das Problem heißt Lava Terror 2 und ich hasse es. Und wir müssen reingehen. Könnte ich mal einen Turbostart machen oder so? Und schon den Abgang gemacht. Äh, ja. Der Regionalabschade ist nicht so schwer. Raa. Der Bouncet ein Ball, der ist mir herzlich egal. Der auch. Raa. So viele Lamms übersehen. Ich würde es erreichen, wenn ich es wenigstens schaffe. Da kann ich sagen, ich soll noch ein paar einsammeln, aber... Hier war das des Halt gegeben. Wow. Ich kann den mitten durchgefahren. Seriously. So, der hat die mich wenigstens nicht mitnehmen. Äh. Das war so ein bisschen Fail, aber naja, was soll's. So. Nein, scheiße. Egal, ich würde das Level eigentlich nur schaffen. Nein, ich hab nochmal ein Damage bekommen. Hier ist nichts zum Heilen. Fuck you, Kugel. Fuck you, Kugel. Puh, der wird zeitlich jetzt echt knapp. Aua. Nee. Ich sterb noch. Ich sag, ich sterb noch. Das machen wir nochmal. Das machen wir mal so. Das machen wir mal so. Moment. Oh. Oh. So. Wow. Das war jetzt so unnötig, da Damage zu bekommen. No, manno. Äh. So Pixel, nenn das immer. Nimm so ein Pixel berührt und dann, ja. Echt. Versch... Däh. Verkackt. Verschissen. Was auch immer. So, das war doch schon mal besser. Also jetzt, wenn ich's nochmal machen muss, dann muss ich mir jetzt nicht so viele Lams noch mitnehmen. Nee. Nee. Ich muss noch mehr Damage nehmen, wenn wir noch zwei leben. Nee. Ich muss noch einen lieben. Also ich hab nur noch einen Kraft, aber auch noch noch ein Leben. Das ist natürlich auch richtig. Uah. Scheiße. Oh. Wow. Nope. Äh, ja. Was machen wir da? Na toll. Und von der ersten Kugel schon weggeschubst. Ein guter Start. Oh, ein paar viele Lams übersehen. Ah, Leute. Ich hasse das Level. Oh, man. Oh, man. Da muss ich jetzt irgendwie drüber gerade. Oder durch oder was auch immer. Ich würd's ja wenigstens gerne mal schaffen, nur. Das würde mir schon reichen. Das arg los. Äh, egal. Ich hab mir halt nicht mit. Nee. Fickkugel. Das heißt wahrscheinlich nicht mehr mal zeitlich, um ins Ziel zu kommen. Oh, man. Wie viele Minuten wollen sie in der Folge verbringen? So, haben wir schon die Kugel neben dem Kurven. Oh, wow. Ja, Action hier, Rayman. Das geht hier ab. Wow, das war so unnötig, jetzt da Damage zu bekommen. Oh, man. Das war so unnötig. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, ich habe einen übersehen Aua Ich habe mich wieder verpasst So, jetzt haben wir sowieso nur 59 Sekunden Zeit Scheiße Ist doch nicht geplant Ich habe vier Stück fehlen mehr, na toll Das eine ist bei der Dreiteilung, aber Wunderbar hat mir einer gefehlt Dass ich nicht gesehen habe Oder ne Ich muss doch noch überleben Ich habe hier ins Ziel kommen Zehn Minuten habe ich nur gebraucht Wow, ich bin erstaunt Ja, ist der Puls schon auf 1112 Oder so Ah, den Klingeln kann man auch noch machen Da, ein Eindringel Ein Eindringel Ein Eindringel Gebt Alarm Alarm Es ist Rayman Schnell sagt Klingbart Bescheid Alarm Rayman ist an Bord Ich habe vergessen Ich habe mich in so Riese Überlasst ihn mir Wow Ist ja schnell Ja, ich wollte doch wissen, ob da was ist Das ist der Klingbats Klingel Oder wie Moment 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 Wenn ich das nicht nachher machen muss Aber ich glaube und auch anderweitig noch hin aber erst einmal eine runde gehen okay das ist pur dumm halt einmal zu viel lehrtaste gedrückt und ja ok da unten kann man gar nicht rein ok gut hätte das auch erklärt also ich muss wirklich weiter und 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 ja ja damit schon bekommen immerhin war es hier schon zu ende so und jetzt ein loms war da das ist aber auch verwirrend ein fieses versteck ich 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 hätte mich umdrehen müssen lassen käfig okay alles klar gut 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 er ist woanders nicht da wo ich dachte dass das das so Sorry, falls ein bisschen schweigsam sein sollte, aber so viel passiert ja auch nicht. Level geschafft. Sorry? Nee. Kommt ein extra Bonuslevel. Was hab ich denn schon? Oh, ich hab schon 980. Ja, ich würde sagen, gehen wir vielleicht erst zum Bonuslevel. Da war, glaube ich, hier... Ah, den quetsche ich nicht mehr in die Folge rein, also... Ja, genau, hier ist er. Äh, ja, ich glaube, es wird nur noch eine Folge danach geben. Aber die Sachen, die kriege ich hier definitiv nicht mehr rein. Also, bis dann und ciao.